Alright Leute, ich bin heute mal noch in Fortnite, weil heute die Fortnite Season, also weil heute die neue Fortnite Season neu rausgekommen ist und ich würde sagen, wir checken die gleich mal aus. Das ist übrigens mein allererstes Match, eigentlich wollte ich das Ganze im Stream schaffen und dann wurde die Server Downtime verlängert. Und damit das Video möglichst rechtzeitig rauskommt, werde ich nicht so viel cutten, also bekommt ihr quasi mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen, was alles so hinter einer Aufnahme steckt. Aber ja, hoffen wir jetzt erstmal, dass wir in den Rand kommen, das sieht ja schon relativ gut aus. So, die Matchaufträge sind geblieben. Oh, es sind nur vier neue Orte. Das ist jetzt ein bisschen überraschend. Gehen wir in die Unterwelt, zu Grimmsgate. Der Zug ist übrigens immer noch da. Mount Olympus oder Brawless Battleground. Das hört sich an wie irgendwas aus Brawl Stars. Da gehen wir hin, das klingt interessant. Dann können wir ja noch nebenbei den Olymp fertig machen. Ne, warte mal, das war jetzt... Mist. Joa, das passt schon besser. So. Oh. Heftige FPS Drops, egal. Dann, lasst uns doch mal sehen. Oh. Damn, das ist fett. Mal gucken hier. Der Ort, der nach Jonas Schätzung 13 Boote hoch ist. Joa. Kommt hin. Die Frage ist, wie viele Boote ist denn die Statue dann da hoch? Das sieht ein bisschen aus wie so Ruined. Wo dieses Ruined-Dingsbums. Ich hab grad den Namen vergessen, aber ihr wisst schon, das, was in der Mitte war, wo die ganze Zeit jede Menge Leute gelandet sind. Halt nur in aufgebaut und in... Mit so einer fetten Statue oben druckt. Die aus dem Berg kommt? Okay, krass. So. Dann können wir uns da schon mal einen kleinen Überblick verschaffen. Ich hoffe, ich schaff's noch bis dahinter. Warum ist das? Ich kann ja gar nicht zoomen. Ist ja nicht mehr in den Kopf. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr episch aus. Oh cool, der Dude hat einen Swimmingpool. Wie geil. Alright. Jede Menge goldene Statuen. Was ist das, was er in der Hand hat? Das ist noch ein bisschen fraglich. Fraglich. Aber... Naja. Durch drüberfliegen erkundet man den Ort anscheinend nicht. Mhm. Interesting. Mal gucken... Wer im Brolle-Speddle-Ground ist. Oder wie das überhaupt hier jetzt ist. Wann... Kriegt man das hier jetzt einfach? Oh Mist, das hätte ich noch nicht machen sollen. Urlaub. Ich hab... Leute, ich hab noch gar keine Waffe. Ähm. Oh, neue Kisten. Ja. Oh, was ist das? Was ist... Ah cool, die fliegen. Die fliegen. Schwingen. Oh mein Gott. Ähm. Das war dumm. Oh mein Gott, es laggt. Oh mein Gott. Und wie es laggt. Jo, mein erster Kill in der neuen Season. Wo ist der Ducht jetzt hin? Oder oben? Mal gucken, ob ich den so schon fighten kann. Oh, das war nur ein Lakai. Achso, ich muss erst Lakai ein bisschen... ...weirren, wenn ich dann spawnen oder was. Aha, AC. Das ist neu. Auf jeden Fall. In den nächsten. Okay, ich... Ich merke schon, das könnte ein harter Bosskampf werden. Mal gucken. Okay. Ähm. Müsste da jetzt spawnen. Aber ich hab praktisch kein... ...Leben. Deswegen mach ich mal ganz schnell einen taktischen Rückzieher. Der kriegt jetzt alles ins Gesicht, was ich habe. Ich hab kurz gelesen, verboten Maschinenpistole. Aber ist nur verboten. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Wir machen eine Geheimattacke. First. Und wenn hier dreimal Steps... Oh mein Gott. Flügel sind ja richtig geil. Geil, jetzt hab ich den Highground. I have the Highground. Und ein Sturmgewehr mit einem Sniper-Scope. Ich bohrte mich grad ab. Nehme da runter. Uiiiiiiii. Oh mein Gott, wie cool. Wie eine Lytra in Minecraft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich fürchte, ich bin gleich tot. Oh mein Gott. Nice. Another Guard. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ein Sturmgewehr, come on, please. Oh mein Gott. Was? Den kriegt man aus Kisten? Ich kann einfach Zeus Blitz verwenden, um den Kuf hier zu besiegen. Sturmgewehr. Nice. Mein Sturmgewehr ist ja nicht für mich. Ja. Nice. Von wo? God's off. Oh mein Gott. Okay, cool, 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 cool. Mein erster Boss besiegt. In der neuen Season. Und direkt wollen jede Menge Leute abstauben. Aber ich hab eh noch zwei Zeus Blitze. Digga, die Zeus Blitze sind ja giga krass. Aber warum kriegt man die aus Kisten? Was hat denn dann Zeus? I mean, wenn ich die Blitze... Wann dann? Dem er... All right. Oh, nice Mad Kid. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann heilen wir uns mal kurz. Und dann würde ich sagen, geht's up in die Zone. Und dann, ja. Sieht das doch schon mal ganz geil aus. Das ist halt praktisch wirklich wie die Elytra, ne? Oh mein Gott. Nur ohne den Fallschaden. Oh mein Gott, da geh ich jetzt auch immer hin. Bro. Imagine, du kämpfst gegen Zeus mit seinen Blitzen. Mit Zeus und seinen... Also mit Zeus Blitzen. Kannst praktisch Zeus mit seinen eigenen Waffen schlau... Oh mein Gott, da drin ist noch eine. Oh ne, der Blitzen ist. alter mein gott wie in minecraft fast drauf gegangen dann gucken wir doch mal ob man auch zeus besiegen können den du da gerade eben konnten wir ja schon kann man zeus einfach mit einer mythischen waffe eines anderen bosses besiegen also einfach nicht aber ja man kann es einfach besiegen jägerin dmr doch nicht auch wo was ist es also das mit 2 blitz finde ich nicht so geil das sollte ein mythisches item sein mit unendlich vielen dingen das dann aber auch von 2 gedroppt wird da halte ich mich glaube ich lieber raus der typ ist über meinem level da war ich ein abflug tschüssli tschüssli mit müsli so dann haben wir schon mal 2 von den 4 2 von 4 mit da waren wir dann gehen wir noch mal dahin da soll ja noch eins sein meine lütre ist geil meine ikaros ja doch stimmt das war auch so ein dud hat mich nur gerade zu seinen avatar mit ikran erinnert ich will zum mal nur noch dass man die mit doppel lehrtaste aktivieren kann warum habe ich goldene füße let's go sehr sehr nice vielleicht kriege ich auch direkt den siegesgleiter wenn ich schaffe die runde zu gewinnen das wäre doch mal was oder leute also es ist wirklich for real meine allererste runde in der neuen season die allererste deswegen vielleicht auch noch ein paar schlechtere lobbies ihr seht hier ich bin level 3 ich habe davor absolut nichts gespielt meint ihr oh mein gott er wurde geerst strikt nice bro ich werde hier die ganze Zeit gesnipet was soll denn das was ist das Hades verboten Maschinenpistole oh mein gott ja die verbotene Maschinenpistole der von wo ich weiß halt nicht mal von wo ne der hier oh ja da ist warte mal warum bin ich auf einmal so schnell hä das hat doch safe was mit den Melallions zu tun warte mal ich habe 3 von 4 wie geil oh mein gott und da kommt es der hätte zwei schüsse und ich bin weg ja aber ich würde sagen das ist doch mal eine ganz geile season oder also lasst doch gerne noch ein like und ein abo da battle pass kann ich mir leider nicht holen weil ich broke bin aber ist nicht so schlimm ist ja nur der geilste battle pass den ich hier gesehen hab mit dem dude ne mit dem dude und dem dude der skin sieht so krass aus aber das soll jetzt auch keine battle pass tour werden aber ich freue mich auf jeden fall auf den gleiter und damit würde ich sagen lasst gerne noch ein like und ein abo da und dann erstmal ciao